Musik Schämt euch, schämt euch, schämt euch! Es geht um Kinder. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Aufgabe jeder staatlicher Gewalt. Und zu schützen, zu schützen ist Aufgabe jeder staatlicher Gewalt. Lasst die Kinder frei! Es geht um Kinder! Darauf haben wir den Eid geschworen. Artikel 1 Grundgesetz! Auch hier haben wir noch keine Kinder. Mach die, weil ich renne wieder ein, weil das ist gut! Mach die doch! Mach die eine Einfrage! Ich geh los von oben! Glauben Sie das beeindruckt nicht? Was darf doch kein Problem sein? Lass sie doch einfach mal gehen! Lass sie denn! 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 Das ist so eine Sauerei, ey! Hat keiner von euch Kinder zu Hause, die so achten? Guckt sie euch an! Guckt sie euch an! Schämt euch! Schämt euch! Schämt euch! Schämt euch! Schämt euch! Schämt euch! Ab per depot! Strand2 harmed den vlogge! Schämt euch! Schämt euch!! Das müssen die Leute zu Hause! Schämt euch, die böse durch. Okay, aber, Sie das sehen! Die Kinder können alleine gehen. 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 Die Kinder können alleine gehen.